Hallo zusammen, was Neues bei mir auf dem Blog? Es gibt kein Tutorial, es gibt ein Quick-Tipp. Das haben mich viele angeschrieben bei dem aktuellen Video mit dem Aufnahmen im Park, mit dem 120-300, wie ich diesen Farblook gemacht habe. Ich habe es zwar schon mal erwähnt, aber deswegen hier an der Stelle ein kleiner Quick-Tipp, wo ich euch zeige, wie ich in Photoshop ganz einfach mit einer Einschreibungsebene Verlaufsumsetzung diesen tollen Farblook kreieren kann. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, hallo, willkommen. Jetzt sind wir hier in Photoshop. Ich habe hier mal ein unbearbeitetes Bild. Das ist ein Shooting mit Frenzy im Park. Ich zoome mal ganz kurz rein für diejenigen, die sich doch für das Objektiv interessieren. Ihr seht hier, was das Objektiv kann, wie fein das bei offener Blende hier auflöst, ohne jegliche chromatische Operation. Das ist schon ein feines Teil. Doch in dem Quick-Tipp geht es hier um den Farblook. Und den Farblook erreiche ich ganz einfach in Photoshop durch eine Überlagerung mit einer Einstellungsebene Verlaufsumsetzung. Das mache ich gerade mal. Hier wird also standardmäßig, hier wird jetzt mit Vordergrund- und Hintergrundfarbe überlagert. Und das zeigt uns hier aber auch schon sehr schön, was passiert. Denn die Tiefen werden hier mit diesem Farbton überlagert und die Lichter werden mit diesem Farbton überlagert. Deswegen sind ihre dunklen Haare jetzt inzwischen weiß und der weiße BH ist hier schwarz überlagert. Ich wähle mal einen anderen Farblook, einen anderen Farbverlauf. Zum Beispiel mal hier diesen hier. Jetzt seht ihr es deutlich. Hier die Tiefen werden mit dem Violett überlagert und die Lichter werden mit dem Orange überlagert. So kann ich mein Bild ganz leicht eine gewünschte Tonung verpassen. Ihr seht, ich habe hier eine ganze Reihe von Verläufen bei mir drin. Und so kann ich im Bild ganz leicht eine gewünschte Tonung verpassen. Zurück nochmal hier zu diesem Violett-Orange Verlauf, denn ich möchte ja dieses Bild nicht tonen. Ich möchte dem Ganzen einen Farblook verpassen. Und dazu ändere ich den Ebenenmodus dieser Ebene auf weiches Licht. Und ihr seht, jetzt haben wir eine sehr schöne Färbung. Die Farben, die wir jetzt gerade festgelegt haben, die werden jetzt nicht mehr einfach über das Bild gelegt und so getönt, sondern wird mit dem Bild verrechnet und führt dazu nur zu einer Verschiebung der Farben. Wir kreieren damit sozusagen einen Farblook. Wenn es dir nicht gefällt, klicken wir einfach auf den Verlauf und können dann hier die einzelnen Farben verändern. Ich kann also sagen, ich möchte hier zum Beispiel die Tiefen deutlich aufhellen. Das heißt, ich gehe mit dem Regler hier ganz nach oben und mache mal hier so einen Rosaton. Und auch bei den Lichtern, die möchte ich deutlich heller haben, da gehe ich mal hier fast ins Weiß. Und dann haben wir einen Farblook, der sehr, sehr schön passt zu diesem Magnolienhain. Wir bekommen hier die Haare, die werden ein bisschen aufgehellt, bekommen einen Farbstich ins rosa-rot gehende. Und das passt natürlich sehr gut hier zu dem Magnolienhain. Wenn es sich gefällt, können wir aber jederzeit natürlich das Ganze umändern. Wir klicken noch mal auf die Farben. Ich kann die Tiefen wieder etwas abdunkeln und auch zum Beispiel in die Lichter noch etwas mehr Wärme geben, indem ich hier einfach die Sättigung erhöhe. Und schon haben wir einen ganz anderen Farblook. Ihr seht, ist total easy. Kein großes Hexenwerk. Ganz leicht kann ich so in Photoshop einen schönen Farblook generieren. Wenn es euch gefallen hat, teilt diesen Quick-Tipp mit möglichst vielen Freunden. Würde mich freuen. Und dann wird es mit Sicherheit demnächst wieder den einen oder anderen Quick-Tipp für euch geben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß hier beim Zuschauen von meinen Tutorials. Und ja, wir sehen uns demnächst hier wieder. Bis zum nächsten Mal.